GZN stand immer ein Anlaufpunkt für Innovationen, deswegen sind wir also auch schon das dritte Mal in Folge dabei. Wir zeigen hier eine innovative Lüftungsanlage, die ganz einfach durch unsere Ionisation dazu beiträgt, dass wir einmal die Luft, die von draußen kommt, nach einem Naturprinzip reinigen, dass wir aber auch dadurch einer Verkeimung vorbeugen im Kanal und natürlich die Ionen, die dann so eine Lebensdauer von fünf bis sieben Minuten die Möglichkeit haben, sogar noch in die Räume mit einzutreten und dadurch auch in den Räumen noch das zu reinigen, was wir so als Mensch durch normale Träume haben. Transpiration und ähnliche Dinge dann reintragen. Also wir haben weltweit Vertriebspartner, wir praktizieren das Ganze schon fast 40 Jahre mittlerweile und habe gerade mal, kann ich kurz erwähnen, unsere Gäste, unsere Salespartner aus Volumbien da gehabt, die sehr aktiv sind, die dort auch mit bekannten Getränkeherstellern zusammenarbeiten, wo es halt um Hygiene in der Getränkeindustrie geht, sehr erfolgreich und wir sind weltweit aktiv und auch sehr erfolgreich. Wir können sagen, wir haben viele neue Gespräche geführt, wir haben natürlich auch Bestandskunden sozusagen hier, die wir regelmäßig treffen, aber wir haben sehr viele neue Kontakte, auch wieder aus Ländern, wo wir noch nicht so stark vertreten sind. Also ich kann sagen, nach drei Tagen heute ist das schon ein zufriedenstellendes Ergebnis, mit dem wir also wirklich sehr gelebt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.